In den letzten Jahren hat der Trend des zahnarztlichen Tourismus stark zugenommen, wobei die Ta-In-Viertler-Kai eine zunehmend beliebte Destination FA-In-Viertel-R-Patienten aus der ganzen Welt geworden ist. Mit hochmodernen Einrichtungen, qualifizierten Fachkraften und erschwinglichen Preisen hat sich die Ta-In-Viertler-Kai als einer der FA-In-Viertel-Renten-Anbieter von zahnarztlichen Dienstleistungen etabliert. In diesem Video werden wir uns genauer mit dem Aufstieg des zahnarztlichen Tourismus befassen und die Auswirkungen der Ta-In-Viertler-Kai auf diesen boomenden Sektor untersuchen. Der Begriff zahnarztlicher Tourismus bezieht sich auf Patienten, die FA-In-Viertel-R zahnarztliche Behandlungen in ein anderes Land reisen, um von hochwertiger und erschwinglicher zahnarztlicher Versorgung zu profitieren. Das Konzept des zahnarztlichen Tourismus hat in den letzten Jahren aufgrund der steigenden Kosten FA-In-Viertel-R zahnarztliche Behandlungen in vielen entwickelten Ländern an Popularitate gewonnen. Viele Patienten suchen nach kostengeeinviertelinstigeren Optionen im Ausland, insbesondere in Laändern wie der Ta-In-Viertler-Kai, die qualitativ hochwertige zahnarztliche Dienstleistungen zu einem Bruchteil der Kosten anbieten. Die Ta-In-Viertler-Kai hat sich zu einer der FA-In-Viertel-Renten-Destinationen FA-In-Viertel-R zahnarztlichen Tourismus entwickelt, da das Land A-In-Viertel-R eine Vielzahl von hochmodernen zahnarztlichen Kliniken und Einrichtungen werfe ein Viertel-GT, die mit den neuesten Technologien und Geraten ausgestattet sind. Die Ta-In-Viertler-Kischen-Zahner-Ärzte sind hochqualifiziert und erfahren und viele von ihnen haben im Ausland studiert und gearbeitet, bevor sie in ihre Heimat Zura-In-Viertel-Kerr kerrten, um ihre Expertise mit internationalen Patienten zu teilen. Ein weiterer Grund FA-In-Viertel-R Die steigende Beliebtheit der Ta-In-Viertler-Kai als Ziel FA-In-Viertel-R zahnarztlichen Tourismus sind die erschwinglichen Preise FA-In-Viertel-R zahnarztliche Behandlungen. Im Vergleich zu vielen entwickelten Laiendern wie den USA und vielen europäischen Laiendern sind die Kosten FA-In-Viertel-R zahnarztliche Behandlungen in der Ta-In-Viertler-Kai deutlich niedriger. Dies bedeutet, dass Patienten, die in der Ta-In-Viertler-Kai eine Behandlung erhalten, beispielsweise FA-In-Viertel-R zahnimplantate oder Zahnaufhellung, erhebliche Einsparungen erzielen kann ihn, ohne dabei die Qualität der zahnarztlichen Versorgung zu beeintrastigen. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Ta-In-Viertler-Kai als ideales Reiseziel FA-In-Viertel-R zahnarztliche Behandlungen auszeichnet, ist die warme Gastfreundschaft und das Einladen der Ambiente des Landes. Die Ta-In-Viertler-Kai ist nicht nur FA-In-Viertel-R ihre qualitativ hochwertigen medizinischen Einrichtungen bekannt, sondern auch FA-In-Viertel-R ihre reiche Kultur, atemberaubende Landschaften und lebhafte Stadité. Viele Patienten genialen es, ihr medizinisches Verfahren mit einer erholsamen und kulturellen Reise zu verbinden, was die Ta-In-Viertler-Kai zu einem attraktiven Ziel FA-In-Viertel-R zahnarztlichen Tourismus macht. Die Auswirkungen des zahnarztlichen Tourismus auf die Ta-In-Viertler-Kische Wirtschaft sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Der Boom des zahnarztlichen Tourismus hat dazu beigetragen, die Einnahmen aus dem Gesundheitstourismus in der Ta-In-Viertler-Kai zu steigern und neue Arbeitsplatz CFA-In-Viertel-R zahnarztliche Fachkräfte und medizinisches Personal zu schaffen. Dara-1-Viertel BER hinaus hat der Zustrom von internationalen Patienten dazu beigetragen, die Nachfrage nach Unterka-1-Viertler-NFTN, Restaurants und anderen Dienstleistungen in der Ta-In-Viertler-Kai zu steigern, was wiederum zu einer Stärkung des Tourismussektors des Landes beigetragen hat. Trotz der vielen Vorteile, die der zahnarztliche Tourismus der Ta-In-Viertler-Kai bringt, gibt es auch einige Herausforderungen und Bedenken, die Bera-1-Viertel gesichtigt werden Ma-1-Viertel-SEN. Einige Kritiker argumentieren, dass der Trend des zahnarztlichen Tourismus dazu FFA-1-Viertel-Ren-Kantee, dass das Gesundheitssystem der Ta-In-Viertler-Kai A1-Viertel-Berlastet wird und die einheimische B-Wahl-Kickerung maglicherweise nicht den gleichen Zugang zu hochwertigen zahnarztlichen Dienstleistungen hat wie die internationalen Patienten. Es ist daher wichtig, dass die Regierung und die Gesundheits-BHR-D-Meinnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der zahnarztliche Tourismus in der Ta-In-Viertler-Kai nachhaltig ist und sowohl den Bäder-1-Viertler-Fnissen der internationalen Patienten als auch der heimischen B-Wahl-Kickerung gerecht wird. Insgesamt hat die Ta-In-Viertler-Kai eine bedeutende Rolle in der Entwicklung des zahnarztlichen Tourismus gespielt und wird voraussichtlich auch weiterhin eine der Top-Destinationen FFA-1-Viertel-R-Patienten aus der ganzen Welt bleiben, die qualitativ hochwertige und erschwingliche zahnarztliche Behandlungen suchen. Mit ihrer hochmodernen Infrastruktur, qualifizierten Fach-KFTN und warmen Gastfreundschaft ist die Ta-In-Viertler-Kai gut positioniert, um weiterhin einen positiven Einfluss auf den boomenden Sektor des zahnarztlichen Tourismus zu haben und gleichzeitig die Wirtschaft des Landes zu stärken. In diesem Sinne kann ihn wir festhalten, dass die Ta-In-Viertler-Kai durch den Aufstieg des zahnarztlichen Tourismus zu einem bedeutenden Akteur auf dem internationalen Gesundheitstourismus-Markt geworden ist und ihren Ruf als qualitativ hochwertige und erschwingliche Destination FFA-1-Viertler-Zahnarztliche Behandlungen weiterhin festigen wird.